Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich Willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel. Und wir heißen euch herzlich Willkommen zu unserer Folge Nummer 174. Heute geht es wie immer zum Anfang des Monats um den letzten Monat. Depot-Rückblick des Januars 2023 und wie der sich so entwickelt hat. Und ja, spannende Themen heute mit dabei, Philipp. Zwei spannende Werbepartner, das darf man vielleicht auch schon gleich mal vorweg nehmen. Ich habe mich um die Quartalszahlen natürlich gekümmert. Und da gibt es natürlich auch einige spannende Entwicklungen. Außerdem schauen wir mal genau auf Ford. Wir haben traurige Nachrichten bei Apotheken oder bezüglich der Apotheken. Die Häuserbauern in den USA fand ich spannend. Und auch Vonovia ist mit Teil des Podcasts und natürlich deine Themen. Ja, wir sprechen heute normal über einen Börsengang. Wie läuft so eine Zeichnung überhaupt ab? Weiter geht es dann auch mit aktivistischen Investoren, Leerverkäufern und, und, und. Also so ein bisschen so der Gossip aus der aktuellen Aktienzeit. Genau. Dann haben wir eine Mega-Plattform für euch entdeckt. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich. Wir sprechen über meine Erfahrungen mit der Grundsteuer. Wir lassen die Hosen runter. Und einer von uns hätte fast sämtliche Märkte outperformt. Wer es sein wird, dürfte total gespannt sein. Wir verlosen auch noch die Tesla-Aktie. Und wir kaufen natürlich wie immer in unseren Podcast Basket unsere Investmentideen der Woche. Und Marcel, heute beginnen wir nicht mit den Quartalszahlen. Wir starten jetzt mit meinem ersten Kauf bei JustTrade, nämlich von einem Wasserunternehmen. Viel Spaß. Marcel, ich habe gekauft bei JustTrade und wir hatten ja darüber gesprochen, dass Xylem Evoqua übernehmen wird. Stimmt. Und ich habe gedacht, Mensch, 500 Euro habe ich, also werde ich die jetzt mal investieren bei unserem heutigen Werbepartner, bei JustTrade. Und ich habe es auch schon gemacht, ich konnte es nicht mehr abwarten bis zu diesem heutigen Podcast. Und ich habe sechs Stück gekauft. Ich zeige euch das jetzt auch nochmal. Sechs Aktien zu 94,12 Euro. Und bin schon 0,14 Prozent im Plus. Und hat natürlich wie immer hervorragend funktioniert. Ich habe bei lang und schwarz gekauft, weil da einfach der Spread auch schöner war. Das ist ja das Schöne. Man hat ja immer die Möglichkeit zu wählen zwischen Quartals, Tradegate, aber auch lang und schwarz. Und wir hatten ja auch den Michael, den Gründer und CEO, in unserem Partnercheck im Aktienpodcast. Und er hat eine richtig coole Aktion danach springen lassen für alle. Okay. Und du weißt ja selber, wir wollen ja nicht wirklich an unserer Community verdienen, außer über ganz normal native Werbung von Produkten und Dienstleistungen, die wir nutzen. Also wir wollen nicht irgendwie Geld bekommen für eine Anmeldung. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann nehmt doch einfach das Geld und macht was draus für die Community. Und das haben sie jetzt gemacht. Wir haben jetzt einen Link, den findet ihr in den Shownotes. Und wenn man auf die Seite kommt, dann gibt es eine MVI, Just Trade Aktionsseite mit einer 30 Euro Prämie. Und Marcel, damit du diese 30 Euro Prämie bekommst, musst du eigentlich dich nur über diesen Link anmelden, die App runterladen und eine Bewertung schreiben im Apple App Store oder im Google Play Store. Und dann nimmst du ein Screenshot von deiner Bewertung, schickst sie mit Vor- und Nachnamen sowie deiner Kundennummer und dem Betreff modernvalue-prämie, aber das seht ihr auch alles auf der Webseite, mit einem Screenshot von der App Bewertung an serviceadjusttrade.com und zack, kriegst du nach der Aktion schon 30 Euro dann gutgeschrieben. Finde ich eigentlich eine richtig tolle Sache. Ja. Und die Aktion beginnt am 2.2. und endet am 2.3. Wichtig ist natürlich, ihr müsst euch über den Link einfach anmelden, damit sie das besser tracken können. Wir bekommen hier für eine Anmeldung kein Geld. Und ich habe es auch gerade gezeigt, also ich nutze es sehr, sehr gerne als Web, aber du nutzt natürlich auch sehr gerne die ganze App-Funktion, richtig? Ja, genau, richtig. Also gerade als App finde ich es auch super, weil eben auch diese ganze Einlog-Verfahren ist super einfach, wirklich nur draufgehen, kurz den Code per SMS schicken lassen, eingeben und man ist drin und man muss nicht jedes Mal, wenn man handeln möchte, irgendwas bestätigen oder irgendeine TAN eingeben. Das gefällt mir super gut, weil es eben genau das ist, was es auch verspricht, nämlich Trade, dass man auch schnell handeln kann, wenn es eben das auch erfordert. Und ansonsten finde ich natürlich auch schön, dass es jetzt keine Minuszinsen mehr gibt, auch natürlich bei Just Trade und dass eben auch, ich sag mal, die, wie du schon sagst, die Spreads angezeigt werden und auch mehrere Handelspartner da sind. So kann ich als Kunde auch sehen, was mich erwartet. Und was richtig cool ist, was ich tatsächlich auch nicht wusste, es gibt von Vanguard ja den Fuzzi All World und diesen ETF kann man bei Just Trade besparen. Und hier ist das richtig coole Marcel, also ab 25 Euro geht es los und wir sagen ja immer, es muss ein Basis-Investment sein und sie lösen die Order erst kurz nach 16 Uhr aus am Tag des Sparplans. Hast du eine Idee, wieso es sinnvoll ist, einen Sparplan erst 16 Uhr und nicht wie andere Broker morgens zum Beispiel um 8 oder um 9 auszulösen? Ja, weil auch die Handelsbörsen natürlich offen haben, überall aus der Welt oder zumindest aus den wichtigen Märkten und das ist dann auch wiederum gut für die Kosten. Also, verstehen wir es jetzt, ihr könnt euch zum Beispiel ein ETF-Sparplan-Depot bei Just Trade eröffnen, den Link in den Shownotes nutzen und ihr bekommt noch 30 Euro und diese 30 Euro kann man ja natürlich auch direkt wieder via Sparplan dann anlegen, zum Beispiel in den Vanguard Fuzzi All World. Und es gibt wenige Anbieter, die den tatsächlich gebührenfrei haben. Ja, ziemlich cool. Also, das war es eigentlich auch schon und jetzt Marcel, die Leute denken sich schon, hä, wann kommen denn die Quartalszahlen? Gab es überhaupt Quartalszahlen diese Woche? Ja, genau. Es gab Quartalszahlen und wir haben regelmäßig gerade auf Instagram auch natürlich alle möglichen und interessanten und wichtigen Quartalszahlen natürlich auch gepostet in unserer Story, da also auch gern folgen und uns da auch gern immer ein Feedback dalassen. Ich habe jetzt natürlich nicht alle mitgebracht, denn dann würde ich wahrscheinlich noch die nächste Woche oder bis nächste Woche hier zu tun haben. Es gab wirklich sehr viele Zahlen, Philipp. Und das Interessante ist, wir nehmen ja heute zum Mittwoch auf. Das heißt, wir haben die ganzen Quartalszahlen, die, ich sag mal, im Fokus stehen, von den Big Techs noch nicht. Da werden wir also noch nicht heute berichten können hier im Podcast. Aber es gab schon so Interessante, zum Beispiel von Pfizer. Und Pfizer, wir wissen ja, ist so der Gewinner von Covid oder zumindest auch von dem ganzen Nachbeben, was eben dort stattgefunden hat. Und jetzt gab es eben hier auch doch gute Gewinnzahlen. Die haben 10 Cent, Dollar Cent übertroffen auf 1,14 Dollar. Das ist in sich schon sehr, sehr gut, gerade auf dem Niveau. Aber der Umsatz ließ etwas zu wünschen übrig. Statt den 24,4 Milliarden sind es am Ende 24,3 Milliarden geworden. Trotzdem noch ein Wachstum von 2 Prozent, was natürlich aufgrund des Einmaleffektes durch Corona natürlich schon sehr, sehr hoch war, diese Ebene. Das heißt, hier muss man erst mal wieder ein bisschen konsolidieren. Und da finde ich, dass man immer noch ein Plus ist, doch recht positiv. Vor allen Dingen, weil man auch die Umsätze von Paxlovit deutlich steigern möchte, auch jetzt nochmal dieses Jahr, also das neue Geschäftsjahr zumindest. Und allgemein, die G1 ging zwar ein Stück weit runter, zum Beispiel, oder man möchte zwischen 67 bis 71 Milliarden Dollar Umsatz machen. Vorher war, du erwartet 74 Milliarden, also schon nochmal ein deutliches Stück drunter, aber eben, ich sage mal, auf immer noch gutem Niveau. Man macht trotzdem ordentlich Gewinne und insofern ist es durchaus nachvollziehbar. Alleine Paxlovit soll 8 Milliarden einbringen im Jahre 2023. Wir dürfen also gespannt sein. Die Bewertung, finde ich, ist so ein bisschen moderat. Genau. Also ein 11er KGV. Klar, dieses Jahr werden 2023 die Umsätze wieder rückläufig sein. Ich bin gespannt, wie stark der Gewinn einbrechen wird, ob man das vielleicht auch mit Aktienrückkäufen nochmal richtig versucht, ein bisschen aufzufangen. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist die Aktie hochinteressant. Ja, auch Chart-Technik, muss man sagen, gar nicht mal so uninteressant, weil natürlich, ich sage mal, ein Rücksetzer stattgefunden hat und jetzt auch schon die Kehrtwende wieder an der Unterstützung bei etwa 43 Dollar. Und vielleicht für jemanden, der langfristig überzeugt ist, hat man hier wieder eine schöne Möglichkeit, in die Aktie zu investieren. Ich selbst bin nicht investiert, also auch hier natürlich der Hinweis, dass ich nicht investiert bin, weil das natürlich auch mal eine Rolle spielt. Wichtig ist, die Aktie ist aber sehr groß. Ich hatte in zehn Jahren gerade mal 72 Prozent gemacht, trotz der ganzen Rallye. Also man sollte jetzt nicht erwarten, dass sie sich hier mal schnell verdoppelt. Genau. Ich würde es eher als Dividendenwachstumsplay nehmen. Ja, genau, ein Dividendenwachstumsplay, beziehungsweise auch mit einer hohen Dividende, ja ohnehin schon mit 3,6 Prozent, kann man sich auf jeden Fall auch nicht verstecken. Und insofern bin ich da völlig bei dir. Abwarten, wie es sich jetzt hier weiterentwickelt. Thermo Fisher hat ebenfalls, ja, wirklich hervorragende Zahlen gezeigt, muss man sagen. Gerade auch der Gewinn, deutlich über den Erwartungen. 20 Dollar sind übertroffen, das klingt nicht viel, aber je Aktie auf 5,40. Das ist schon wirklich herausragend und was ich noch viel faszinierender finde, dass, ja, 11,45 Milliarden Dollar Umsatz im vergangenen Quartal, 7 Prozent mehr als im Jahr zuvor und die Erwartungen um eine Milliarde geschlagen. Wie kann denn das sein? Das sind fast 10 Prozent an das im Umsatz, das ist schon wirklich hervorragend. Leute, Leute, Leute. Also hervorragend, wieder viel Mehrwert für die jeweiligen Aktionäre. Hier können wir auf jeden Fall auch den Disclaimer-Inweis geben, wir sind beide investiert und auch glücklich investiert, werden es auch wahrscheinlich nicht wieder hergeben. Tolle Zahlen und auch, ich sag mal, die Entwicklung, so auch für das Jahr 2023, soll insgesamt sehr gut sein. Man hat auch die Prognose etwas angehoben, das alles gute Nachrichten von Thermo Fisher. Ich glaube, hier gibt es wenig, was man noch hinzufügen kann, oder? Nein. Also stay strong, hold long. Ja, genau so muss es sein. AMD hat ebenfalls Zahlen gebracht bisher und ich muss sagen, hier trennt sich die Streu vom Weizen. Ganz klar, weil AMD eigentlich teilweise im gleichen Geschäft ist wie Intel, aber AMD zeigt, wie es richtig geht und zwar mit besserem Gewinn als erwartet und auch der Umsatz stieg um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal und auch da 80 Millionen übertroffen. Wirklich hervorragendes Wachstum, man weiß und man hat es auch nochmal dem Markt jetzt mitgeteilt, also die CEO Lisa Su hat mitgeteilt, dass man wahrscheinlich weiterhin jetzt, ich sag mal, eher stagniert, gerade im PC-Markt und natürlich auch bei den Gaming-Geschichten. Aber die Rechenzentren sind das große Thema und hier kann man eben viel ausgleichen und sogar noch Wachstum generieren und da ist es wirklich hervorragend. Also man muss sagen, wenn man etwas diversifiziert sein möchte in dieser Branche, dann ist AMD wahrscheinlich die bessere Wahl im Vergleich zu Intel. Intel hasst diesen Trick, wir haben es gesehen letzte Woche, wirklich katastrophale Zahlen und jetzt auch nochmal nachgezogen mit Gehaltskürzungen bis hin zum CEO. Angeblich soll die Dividende aber nicht gekürzt werden. Genau, ja, mal schauen. Also gut kann es natürlich sein, dass man es gleich hält. Das ist meine Spekulation für heute. Die Dividende von Intel wird dieses Jahr gekürzt. Das glaube ich fast nicht. Glaubst du nicht? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht, weil die würden eher an allem anderen sparen, aber nicht die Dividende kürzen, weil das würde die letzten Investoren auch noch auf der Jagen. Ich trage es mir da ein. Okay. Letztes Woche hast du ja hier schon auf die Beiraten gekürzt. Ich wette dagegen. Ich glaube nicht, dass Intel da an der Dividende rütteln wird. Und genau aus dem Grund werden sie wahrscheinlich auch alle anderen Register als erstes ziehen, um eben genau diesen Move nicht zu machen. Das würde noch mehr Investoren verschrecken und ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht ganz zu halten ist und allzu schlimm ist es ja dann auch nicht. Ja, aber Intel hat keine Gewinne, um die Dividende zu bezahlen. Glaubst du, die werden die weiter auch nur steigern? Nein, steigern nicht. Wir werden bloß symbolisch, ich weiß nicht, sind sie auch so gerade oder irgendwas in der Richtung? Nein, dann werden sie symbolisch weiterhin einen Cent steigern, ob sie das aus dem Lameng nehmen oder aus einer Kreditfinanzierung. Ich glaube nicht, dass sie sich diesen Titel nehmen lassen und deswegen… Ganz, ganz schwierig. Ja, absolut. Und auch nicht richtig vielleicht, das muss man ja auch sagen. Marcel, wir haben diese Woche eine Aktie gezeichnet, die an die Börse kommen wird und magst du uns mal kurz verraten, was versteckt sich hinter der WKN A3E00M? Ja, das ist IONOS. Und IONOS ist ja jetzt so die Tochtergesellschaft von 1&1. United Internet. United Internet, genau, danke. Und wird jetzt an die Börse gebracht und ich bin ziemlich überrascht, du hattest diesen Vorschlag, diese Idee. Hab damit überhaupt nicht gerechnet, schau so auf mein Handy, du lest diese Nachricht und tatsächlich fand ich das total klasse. Weil, ich meine, IONOS ist halt tatsächlich mal ein echter Cloud-Hidden-Champion, muss man sagen, aus Deutschland. Und hier gibt es ja eh einiges aufzuholen und bisher finde ich, auch aus guten Sicht, muss ich sagen, sehr zufrieden. Also ich meine, wir nutzen ja selber IONOS auch als Kunde, also sind wir da auch jetzt nicht abgeneigt von. Und ich finde es auch schön, dass wir hier zeichnen dürfen. Ja, definitiv. Also wir zeichnen und es wird natürlich total interessant, wenn man mal auf die Webseite geht, der IONOS Group. Das kann ich jedem nur empfehlen. Einfach mal durchlesen, also was macht IONOS eigentlich? Sie sind Cloud-Anbieter, Web-Hosting-Anbieter und sie haben Rechenzentren und sie sind sehr, sehr stark in diesem Markt. Also ich persönlich wusste das gar nicht, aber ich mache gerade hier mal die Präsentation auf. Sie sind doch die Nummer 1 in Europa. Ja, sie sind auch sogar auf dem amerikanischen Kontinent, was ich auch nicht wusste. Und die Preisspanne wird sein zwischen 18,50 und 22,50. Und was passiert bei so einer Zeichnung? Wenn eine Bank, bei der man ist, diesen Börsengang begleitet, hat man die Möglichkeit zu zeichnen. Also dann bieten sie dir an, ihren Aktionären oder den Anteilseignern oder den Depotinhabern, Mensch, willst du nicht eine Aktie haben? So, das ist jetzt die Spanne. Wir haben jetzt gesagt, wir wären bereit für 21 Euro zu kaufen und jetzt gibt es eine Zeichnungsphase. Das heißt, zwischen dem 30. Januar und dem 7. Februar bis 11.15 Uhr holen die Banken jetzt die Zeichnungen ein. Daraus wird dann aus dem Konsens sozusagen der IPO-Preis gebildet und dann geht es los. Und dann werden wir sehen, sind wir mit dabei. Wir sind schon mit am oberen Ende der Spanne, weil ich das Geschäftsmodell sehr, sehr interessant finde. Die Marktkapitalisierung wird nach dem Börsengang, was ich sehr, sehr wenig finde, zwischen 2,6 und 3,15 Milliarden Euro liegen. Und wenn man überlegt, der Umsatz, den IONOS letztes Jahr gemacht hat, 1,1 Milliarden. Also wir haben hier einen KUV von drei. Und die Wettbewerber tatsächlich, wie zum Beispiel GoDaddy, Squarespace oder Digital Ocean aus den USA sowie OVH aus Frankreich, werden zum 9- bis 23-fachen ihres erwarteten EBDAs auch gehandelt. Und ja, das ist einfach eine interessante Sache, weil das EBDA, was IONOS erwartet, ist 355 Millionen. Also auch hier wieder am unteren Ende der Spanne. Natürlich muss man auch sagen, sie wollen sich mehr verschulden. Sie wollen Schulden oder sie kriegen Schulden natürlich von United Internet auch aufgeladen. Aber ich finde, die Aktie wahrscheinlich wird nicht so teuer sein, weil sie haben auch ein Abo-Modell. 90% der Umsätze sind reoccurring. Seht ihr auch hier in der Präsentation. Ich würde sagen, wir packen den Link auch mal in die Shownotes und schreibt uns super gerne mal eure Meinung auch zu IONOS. Aber ich würde mich freuen, wenn wir hier zeichnen würden, wenn wir die auch kriegen würden. Ich würde sie auch gerne langfristig halten. Und ich würde mich tatsächlich auch freuen, wenn wir hier mal eines Tages eine Hauptversorgung besuchen würden. Ja. Weil ich glaube, das ist doch sehr interessant, dass wir auch so einen Player haben. Ja genau, also würde ich so genau unterschreiben und ich glaube auch, dass wir mit IONOS durchaus ein echter Player drin ist, der auch langfristig ordentlich im Trend liegt. Jetzt muss man sagen, okay, der Börsengang jetzt zu dem Zeitpunkt ist natürlich schwierig, denn aktuell ist es ja sehr schwer, Gelder einzusammeln. Natürlich auch bei Börsengängen, deswegen gibt es ja auch so wenig Börsengänge. Andererseits muss man sagen, schöne Chance für uns Investoren, hier vielleicht wirklich ein Schnäppchen zu schlagen, weil eben dieser ganze Hype nicht da ist. Mal vorgestellt, 2021 oder vielleicht auch Ende 2020, wo auch technische oder Tech-IPOs durch die Decke gegangen sind, wie wäre IONOS damals bewertet worden? Wie viel Geld hätten sie einsammeln können auf der einen Seite, aber wie viel höher bewertet wäre die Aktie gewesen, wenn sie dann an der Börse gewesen wären? Also vielleicht hier wirklich ein schönes Schnäppchen, was man schlagen kann. Wir dürfen beobachten. Herr Dommermund muss natürlich IONOS an die Börse bringen, weil er braucht Geld. Das muss man einfach sagen. Also United Internet wird auch nach dem Börsengang die Mehrheit halten. Ich könnte mir vorstellen, das wird ein richtiger Cash-Kauf. Also ich kann mir vorstellen, dass hier auch langfristig schöne Dividenden aus IONOS rauskommen. Absolut, ja. Davon gehe ich auch aus. Also tolles Unternehmen. Ist für mich dann auch ein DAX-Kandidat. Ja, früher oder später durchaus denkbar. Ich meine, da gibt es ganz andere DAX-Kandidaten, die da mit rumschlummern, wo man sich so vorstellt, warum die eigentlich im DAX sind. Marktanteile in Deutschland 51 Prozent. Brutal hoch. In Frankreich hat man 10, in Spanien 21, in Österreich 19, in Großbritannien 13 und in Polen hat man 11. Also da ist auch noch viel Wachstum und sie sind so ein bisschen so der, sie sagen, sie haben einige Kostenvorteile, Effizienzvorteile auch gegenüber ABS, Azure, aber auch der Google Cloud. Ich bin total gespannt. Also sie sind auch bei Gaia-X mit dabei, also bei der europäischen Cloud. Angeblich, das werdet ihr jetzt natürlich auch sehen in dieser Investorenpräsentation, sie können angeblich alles und das natürlich auch am besten. Lest euch auch auf jeden Fall nochmal das Börsenprospekt durch, beachtet den Disclaimer, das ist natürlich sehr risikoreich, auch hier bei einem IPO hier direkt am ersten Tag zu investieren. Ja, man erinnere zum Beispiel an Auto 1, die seit dem IPO eigentlich nicht wieder in der Preisspanne waren. Mein bestes IPO, was ich mitgemacht habe, war Beyond Meat. Ja, stimmt, du hast Beyond Meat damals mitgemacht. Über 100 Prozent an einem Tag. Ja, ui, 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 ob das mal wieder kommt. Naja, wir werden und dürfen gespannt sein. Die US-Autobauer, die sind aktuell ja ein bisschen im Fokus, muss man sagen. Man liest ja viel gerade, Ford zum Beispiel senkt jetzt die Preise für den E-Mustang 5.900 Euro. Wirst du jetzt zuschlagen. Nee, Dollar sind es natürlich, 5.900 Dollar wird es jetzt gesenkt. Und ja, Ford hofft natürlich, dass die Leute sich jetzt für einen E-Mustang entscheiden. Und Ford zieht hier natürlich nach, weil Tesla ja letzte Woche schon bekannt gegeben hat, 20 Prozent die Preise zu reduzieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer kann sich so einen Preiskampf eigentlich leisten? Ich gehe davon aus, dass Tesla die besseren Margen hat und deswegen natürlich auch hier vorangehen konnte mit dieser Entscheidung. Und jetzt muss Ford, ja, liefern. Ja, ob das klappt, sagt der CEO und nimmt da schon mal die Bedenken so ein bisschen vorweg weg. Der meint, naja, wir können jetzt die Produktion erhöhen. Und dadurch, dass wir die Produktion erhöhen, gibt es doch ein paar Einsparungen. Und die können wir direkt an die Kunden weitergeben. Klingt für mich immer noch nicht logisch, wenn ich die Produktion erhöhe, dass das auch, ich sag mal, gewisse Einsparungen mit sich bringt. Ja gut, du hast vielleicht Einkaufsvorteile. Ja, das kann natürlich sein, aber ob das jetzt... Ich nehme drei Autotüren mehr. Oh, da kriegst du die Scheibe dazu. Nee. Ja, kann natürlich sein. Aber wie auch immer, jedenfalls soll das natürlich dann weitergegeben werden an die Kunden. Ist natürlich auch, ich sag mal, versteckter Move, dass man sagen kann, okay, wir geben das weiter. Andererseits, sie müssen natürlich auch, wenn sie auch irgendwo Anteile gewinnen wollen. General Motors zum Beispiel präsentierte diese Woche richtig starke Zahlen. Die waren auch herausragend. Die möchte ich auch nicht ganz unerwähnt lassen. Umsatz um ein Viertel verbessert. Betriebsgewinn um ein Drittel verbessert. Also tatsächlich auf dem höchsten Niveau, was das Unternehmen so jeweils hatte. Und auch die Konzentration auf die markenstarken Fahrzeuge haben hier natürlich, wie auch bei den deutschen Automobilherstellern, sehr viel, naja, Rückenwind gegeben, wenn man so möchte. Selbst die Chinesen, Xpeng und Ceres haben ihre Preise gesenkt auf dem chinesischen Markt. Da hat ja Tesla ebenfalls gesenkt. Und jetzt sprechen Experten schon vom Preiskrieg. Und erinnern auch gleichzeitig daran von vor zehn Jahren. Da gab es sowas schon mal. So eine ruinöse Rabattschlacht. Zitat für diese Begrifflichkeit. Und die führte damals zur Rettung von General Motors und Chrysler durch den Staat. Weil die Rabattschlacht so wahnsinnige, tiefe Lücken gerissen hat in den Büchern der jeweiligen Hersteller, dass es eben dann doch ganz schön in Schieflage geraten ist und dann auch dementsprechend ausgeholfen werden musste. Was denkst du? Wir dürfen gespannt sein. Und ich ahne, dass Tesla diesen Move gemacht hat, weil sie es eben können. Und alle anderen müssen jetzt mitziehen oder sollten mitziehen, weil die Marge eben… Genau, weil sie haben dieses Händlernetz nicht. Das ist halt ein Fakt. Das ist keine… Also nicht, weil ich es jetzt sympathisch finde oder irgendwas. Sondern es ist halt ein Fakt. Die haben das Händlernetz nicht, was sie eben kostentechnisch natürlich bevorzugt oder bevorteilt. Und jetzt muss man mal schauen, ob Ford das lange durchhalten kann. Und auch die anderen, gerade auch bei den chinesischen Herstellern, die ja auch nach Europa drängen, wird es ebenfalls auch mal spannend. Naja, dieses… Also viele sagen ja auch, wir haben Peak-Auto gesehen. Kann durchaus sein. Ah. Wir wissen es nicht. Naja, also das wäre für mich kein Markt, in den ich investieren wollen würde. Außer Tesla. Tesla, warum? Ich habe selber einen. Ich finde das ganze Konzept mit Speicher… Also ich habe mich auch mit einigen unterhalten, bei mir ja das Thema Photovoltaik jetzt auch ja angehen zu Hause. Und tatsächlich sagen die Elektriker einstimmig, die Tesla Wallbox ist die beste. Also nicht Wallbox, sondern der Batteriespeicher. Der Batteriespeicher. War ich doch ganz überrascht. Also selbst Leute, die es nicht liefern können, sagen, Tesla ist der Beste. Also Hut ab. Marcel, Frage an dich. Bitte. Mach's haben. Wenn wir bei rollenden Fahrzeugen sind. Nikola Motors und Adani aus Indien gemeinsam. Sie werden alle oder wurden alle geshortet von Hindenburg Research. Ah. Und Hindenburg Research hat die Adani Group geshortet. Der Gründer und CEO der Adani Group ist, nee, war der drittreichste Mann der Welt. Und Adani ist so ein Konglomerat. Gefühlt machen sie alles und nichts. Und sie haben ja ein Paper jetzt veröffentlicht auf über 300 Seiten und ganz, ganz viele Fragen gestellt, dass sie einfach sagen, Adani ist ein Luftschloss. Ja, ist ein Industrie-Konglomerat. Genau, richtig. Ich glaube, von Erdöl bis hin zu Handel und Logistik und eigentlich alles. Ja. So, jetzt hat der reichste Mann Asiens, der Herr von der Adani Group, hat jetzt gesagt, Mensch, ich äußere mich jetzt mal dazu. Und er hat auf 400 Seiten lang Dokumenten jetzt einfach mal gesagt, was Phase ist. Ich habe mehr Seiten. Was mich total verwundert ist, dass er trotz der starken Kursverluste, wenn es dem Unternehmen doch so gut gehen soll, hat er noch eine 2,5 Milliarden Dollar schwere Aktienplatzierung gemacht. Und was auch zu stimmen scheint, ist, dass der Wirtschaftsprüfer, der dieses, eines der größten Unternehmen der Welt prüft, scheint so ein Ein-Mann-Betrieb zu sein. Kennt man ja aus einer gewissen Richtung. So, Adani, für dich jetzt, also erstmal, ich finde das, was Shortseller machen, eigentlich ganz gut, wenn sie auch solche Berichte rausbringen. Hindenburg scheint auch sehr zuverlässig zu sein, weil sie auch damals Nikola aufgedeckt haben. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass an dieser Adani-Sache was dran ist. Und ich würde ganz klar sagen, versucht nicht irgendwie an diese Aktien zu kommen. Ich würde im Leben nicht sie kaufen. Ja, ich denke, viele von unseren Hörern und Hörerinnen werden es wahrscheinlich zum ersten Mal gehört haben. Adani und jetzt schnell mal googeln. Trotzdem, lieber nicht das Interesse wecken. Am Ende des Tages ist da sicherlich was dran. Und gerade bei der Richtigkeit der Zahlen ist natürlich, ja gerade auch in den ausstrebenden Märkten, in den Schwellenländern auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wie da was geprüft wurde. Und ob das auch natürlich seine Richtigkeit hat. Daran kann man durchaus zweifeln. Also ich bin bei dir, Finger weg, Vorsicht. Risiko ist zu groß und ich glaube, man verpasst nichts, wenn man hier nicht dabei ist. Ich habe noch eine coole Sache mitgebracht für die Community heute. Okay. Die Seite 10x ebitda.com und dort sind Hochschulen, richtig cool, die im Bereich Wirtschaft einfach darüber sprechen über Hedgefonds und ihre Präsentationen durchgehen und ganz klar sagen, wo kann man von Hedgefonds auch lernen. Super spannend und da gibt es zum Beispiel Carl Icahn, wir erinnern uns, auch einen Stammgart mit seinem, ähm, Elliot, ja auch mit seinem Hedgefonds hier mit dabei zum Beispiel, gibt es einfach mal, ich wusste gar nicht, er hat eine Präsentation veröffentlicht, zum Beispiel, ich zeige es dir mal hier, wie er bei McDonalds wieder auf Vordermann bringen möchte. Und das gibt es zu ganz verschiedenen Unternehmen, kann man sich immer mal angucken, auch Starbucks, Pershing Square mit Bill Aikman, Bristol Myers wurde ja auch von Starboard Value mit angegriffen und, ähm, da kann man sich diese Präsentation mal anschauen und die Professoren und Professoren sagen natürlich auch ganz klar, man sollte sich das auch mal zu Herzen nehmen, weil die steigen dann natürlich ein mit ihrem eigenen Geld und wollen ihr Kapital natürlich auch vermehren. Und, äh, hier zum Beispiel ist ein Bericht von Carl Icahn, wie er McDonalds helfen möchte, sein volles ESG-Potenzial auch zu nutzen. Also hier haben wir auch interessant, auch 65 Seiten, ich würde sagen, den Link dazu packen wir auch nochmal in die Show Notes. Ja. Ähm, ist ein toller Mehrwert, auch Third Point damals, Daniel Loeb, als er bei Ernest Limit eingestiegen ist. Auch hier nochmal seine Präsentation, wieso, weshalb und warum und was er ändern möchte. Procter & Gamble, Trine war auch damals dabei, Pershing Square, ADP oder Bayer, auch Greenlight Capital. Also finde ich richtig, richtig cool, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, kann man auf jeden Fall nicht dümmer werden davon. Also, gleich mal auf den Link klicken. Philipp? Ja? Die Zahl der Apotheken nimmt stetig ab in Deutschland und das teilte jetzt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände mit. 2022 sank die Zahl der Apotheken so stark wie noch nie. Ganz interessant, hier hat gerade erst einer aufgemacht. Ja, okay. Und wir sind froh, dass wir sie haben. Sonst wäre es noch eine weniger. Ihr hört es ja tatsächlich, aber das war super, oder die Tage super, ich konnte einfach da schnell hin. Das war auch schneller als das Internet. Und die haben aber auch einen coolen Service, also ich kann auch, wenn ein Medikament nicht da ist, das gleich bestellen und auch am selben Tag abholen und so weiter. Ja, genau, das geht natürlich aufgrund der doch recht guten Logistik, die für Medikamente eben auch besteht. Und ja, trotzdem natürlich eine traurige Entwicklung. Das ist natürlich für den Apothekenverband auch wirklich eine Katastrophe, wenn man so möchte. Es klingt auch dramatisch, schlussendlich sind es am Ende 393 geschlossene Apotheken in diesem Jahr. Und aktuell gibt es in dieser Bundesrepublik noch 18.068. Also es ist ein kleiner Teil, aber es ist zumal der größte Teil im Verhältnis zu den letzten Jahren. Oder allgemein geschichtlich und historisch ist es tatsächlich die höchste Anzahl angeschlossene Apotheken. Und die Apothekendichte liegt in Deutschland, nice to know, bei 22 Apotheken auf 100.000 Einwohner. Und damit weit unter dem europäischen Schnitt von 32, also 10 weniger auf die gleiche Anzahl der Menschen. Gründe hierfür, zu wenig Personal, wir kennen es von allen anderen Branchen nahezu. Und keine Nachfolge. Unternehmensnachfolge ist übrigens auch ein Riesenthema in Deutschland. Gerade auch, ich weiß es hier in Sachsen, habe ich mal gelesen, wie viele Betriebe hier tatsächlich vor der Schließung stehen. Einfach weil sich keiner findet, der diesen Betrieb als Nachfolge übernehmen möchte. Und das ist eigentlich schon sehr schade. Und ich glaube, dieser Trend der Apotheken wird sich hier weiter fortsetzen. Einfach schon deswegen, weil natürlich die Boomer-Generation in Rente geht. Und wenn sie keinen Nachfolger finden, dann wird es halt schwierig. Also dann wird man wahrscheinlich nichts anderes machen können, außer schließen. Und das sind aber wiederum tendenziell gute Voraussetzungen für die Online-Apotheken. Die natürlich dann, ich sage mal gerade auch in Regionen, wo es dann schon wieder schwieriger wird, wo man vielleicht weiterlaufen muss bis zur nächsten Apotheke oder am Ende des Tages das Liebstennetz vielleicht auch ohnehin eher rar ist. Dann könnte ich mir vorstellen, werden die Online-Apotheken auch weiter profitieren. Nicht nur wegen der Schließungen, auch natürlich so. Aber das wird auf jeden Fall mit Rückenwind geben. Und aktuell bin ich bei beiden, also sprich Zorose und Shop-Apotheke investiert. Genau aus dem Grund, weil ich glaube, dass wir hier langfristig immer mehr Umsatz sehen werden. Und auch das E-Rezept hier noch einiges geben wird. Trotzdem schade, dass die Apotheken hier rückgängig sind. Definitiv, ja. Also, weil viele Ältere ja auch nicht so einfach da mit dem Handy bestellen. Absolut, natürlich. Also eine Grundversorgung, finde ich, sollte persönlich auch sichergestellt sein. Ich möchte nochmal ganz kurz sprechen über den Investor Elliot. Was ist nämlich passiert? Hast du es überhaupt mitbekommen die Woche? 5,6% haben sie sich gesichert an Vantage Towers. Wusstest du das? Nee. Und jetzt könnte die geplante Übernahme von Vantage Towers relativ kompliziert werden. KKR und Global Infrastructure Partners wollen ja den Funkmaßbetreiber von der Börse nehmen. Und da werden sich die Leute gedacht haben, verdammt. Ja. Weil das Management von KKR kennt den Investor Elliot sehr, sehr gut aus der Übernahmeschlacht von Kabel, Deutschland damals. Und die Übernahmeschlacht hat sich anschließend sieben Jahre hingezogen. Sieben. Also, ihr merkt, Elliot Investors ist entspannt. Ja, sehr entspannt. Die haben Zeit. Zeit haben sie. Also, Wahnsinn. Ich würde jetzt tatsächlich aber auch hier wieder nicht investieren. Es könnte sehr, sehr lange dauern. Und es könnte auch passieren, Elliot geht es nicht um die Gesamtheit der Aktionäre. Also, es kann auch sein, dass die sich einfach irgendwie einigen mit KKR und dann Sayonara. Tschüss. Muss nicht sein. Nee, das stimmt. Aber Vantage Towers, ich meine, wer seit dem IPO oder kurz nach dem IPO eingestiegen ist, der hat immer noch ordentliches Renditeplus am Ende des Tages stehen. Und alleine die Übernahme war ja nahezu des Allzeithochs geplant. Und was waren etwa 33 Euro je Aktie. Und lange Zeit und jetzt mehrere Monate ist ja nichts passiert, weil, klar, Übernahmepreis stand fest. Sehr wahrscheinlich übernehmen es die Aktionäre oder sagen die Aktionäre, ja, go for it. Der Deal ist in Ordnung. Ja. Und deswegen ist ja auch nichts mehr passiert. Aber eben jetzt, seitdem die Nachricht reinkam, ist die Aktie dann einfach auch gleich nochmal knappe 10 Prozent nach oben gegangen. Und hat jetzt ein neues Allzeithoch erreicht. Genau aus dem Grund. Also wer vielleicht dabei ist und sagt, naja, der Übernahmepreis, den hätte ich jetzt so akzeptiert, aber jetzt ist ja noch mehr drin. Dann gehe ich halt jetzt mal raus. Also kann man durchaus machen. Auch wenn jetzt kein neuer Preis natürlich genannt wurde. Aber ich glaube, es würde keinen Fehler darstellen, hier mal Gewinne mitzunehmen. Denn, ja, selbst wenn es hier noch zwei, drei Euro steigen sollte pro Aktie, aber sehr viel mehr ist auch nicht drin. Und das ist schon eine gute Geschichte für alle, die dabei sind. Das stimmt. Kommen wir zu meinem Top der Woche. Und das ist die Webseite www.roic.ai. Schon mal von gehört? Vorher nicht, nein. Du merkst, ich war zu lange krank, zu lange außer Gefecht. Ja, du hast sehr viel geforscht. Ich habe sehr viel geforscht, Hedgefonds-Präsentationen gefunden. Und diese Webseite, auch diese findet ihr in den Shownotes. Und ich zeige es jetzt hier mal. Es ist unfassbar. Es gibt ja einige, die nehmen sehr, sehr viel Geld dafür, dass man sich Finanzkennzahlen angucken darf. Und auf dieser Seite wird alles eigentlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich mache es jetzt einfach mal auf mit Apple. Ich habe auch die Daten nochmal validiert, habe auch geguckt. Alle Stichproben, die ich gemacht habe, waren korrekt. Und man sieht hier wirklich alles, guck mal hier, von Revenue per Share, Earnings per Share, der Free Cashflow-Dividenden. Das ist jetzt zum Beispiel Apple. Du siehst die Kapitalinfrastruktur. Du siehst, wie sie gewachsen sind. Du siehst sogar die aktuellen News aus den USA. Du siehst die Dividende je Quartal, die Earnings per Share. Also du siehst eigentlich alles und das alles umsonst. Und ich finde... Kostenlos. Ja, kostenlos, aber nicht umsonst. Und ich finde, das auf jeden Fall sollte man sich mal anschauen. Wenn man sich einen groben Überblick über Kennzahlen verschaffen möchte, ist das hier für mich jetzt die bevorzugte Wahl. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt mein Ziel gegen Alpha Abo kündigen würde. Muss man auch ganz klar sagen. Weil da habe ich noch die Analysen. Da habe ich alles nochmal auf einen Blick. Aber das hier, finde ich persönlich, hat es verdient erwähnt zu werden. Ja. Auch hierfür kriegen wir kein Geld, aber top. Mehrwert für die jeweilige Community. Richtig. Die Häuslerbauer sind bei mir der Top der Woche geworden. In den USA. Nur in den USA. Das muss ich vielleicht ausschließlich sagen. Warum das? Ja, das ist eine gute Frage, Philipp. Und die Quartalszahlen der Häuslerbauer sind durchgehend überraschend stark. Und das ist schon sehr, sehr robust und auch überraschend in meinen Augen. Also gerade auch MI Homes zum Beispiel. Relativ kleiner Anbieter, aber zeigt auch mit wirklich... Mehr als 10% die Gewinn übertroffen. Umsatz um 170 Millionen Dollar geschlagen. Also auch 14,3% Wachstum trotz der hohen Zinsen. Das muss man sich erstmal aus der Zunge zergehen lassen. Das schon sehr, sehr stark. Auch die Zahl der gelieferten Häuser stieg eben um 3%. Und das ist auch ein Allzeitrekord bei denen. Also hier muss man sagen, stimmt es erstmal. Auch wenn natürlich die Aussichten hier ein bisschen auf die Stimmung drücken. Weil natürlich die Situation nicht leichter wird. Aber immerhin. Sehr hohes Niveau. Und das Gleiche gilt auch für die Pulte Group, die ebenfalls hervorragende Gewinne erzielt hat. 20% gewachsen ist auf 5,1 Milliarden Umsatz. Und dabei 10% Umsatz übertroffen. Also die Erwartungen übertroffen. Also das schon echt stark. Ja, auch hier merkt man natürlich dann, dass die Neubestellungen oder die Netto-Neubestellungen rückläufig sind. Aber hey, tolles Ergebnis muss man sagen. Weltweit haben Immobilienunternehmen Probleme. Das sind Häuslverkäufer, die direkt die Häuser an die Leute bringen. Und offensichtlich ist die Nachfrage nach wie vor hoch. Und natürlich, ja, ich sag mal die ganzen Investmentunternehmen, die natürlich jetzt auch vermieten teilweise. Die haben natürlich ganz andere Operationen vor sich. Aber das ist für mich top der Woche, weil es auffällig ist und vor allem auch wirklich überraschend. Wenn du jetzt die Aktien hättest, würdest du jetzt aussteigen oder halten? Ich würde weiter halten. Die beiden Aktien, genannten Aktien, aber eben auch die Erhorten, sind auf dem Weg zum Allzeithoch. Sie sind eine super Verfassung. Der Trend ist absolut intakt. Und hätte ich nicht erwartet, also hätte man das jetzt vor den Quartalszahlen jemand gesagt, okay, hier hol die doch ins Depot. Hätte ich gesagt, niemals. Vorsicht, gefährlich. Aber hier überraschend gut. Und wer sie hat, ich glaube, halten. Wie lange hättest du hier noch ein? Neuer Hoch, würde ich mitgehen. Und man muss ja auch sagen, der Markt in den USA spielt ja auch teilweise schon, dass die ersten Zinssenkungen dieses Jahr, Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr stattfinden könnten. Insofern wäre das ja auch schon wieder Rückenwind für genau diese Branche. Ich musste ja noch eine Spekulation aus den Rippen leiern. Würdest du sagen, Amaya Homes steht Ende des Jahres höher als ja heute? Oder? Ja. Möchtest du, dass ich dir das jetzt hier eintrage? Ich trage das mit ein in unsere Spekulationsliste. Ihr könnt euch das alles angucken. Da seht ihr auch unsere komplette Holding. Alles, was wir haben. Ich muss noch Immobilieninvestments und Startups nachtragen. Aber ist ja vielleicht, dass wir am Ende des Jahres mal so ein bisschen so was Leichtes für die Ohren zwischen den Jahren. Genau. In unserer Weihnachtsfolge werden wir dann zurückblicken, wie unsere. Aber dann könnte sie sehr lange dauern. Wir haben ja jetzt schon 17. Ja, dann ist es halt so. Ist egal. Aber das müssen wir dann einmal durchziehen. Also, Marcel sagt, M. I. 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 nicht. Also ich drücke dir alle Daumen. Also ich würde nicht investieren, keine Frage. Aber wer sie hat, sollte sie halten und ich glaube schon, dass sie höher steht. Um das mal auf ein Fazit zu bringen. Wir werden sehen. Jetzt bist du in der Liste. Und du weißt, man hört es ja immer noch, ich hatte viel Zeit letzte Woche und da habe ich mir gedacht, Mensch Philipp, der Schuh drückt, mach mal deine Grundsteuererklärung für deine Wohnung. Ganz schön spät, Philipp. Hä, warum? Wir sind noch in Deutschland, wird doch alles gut, super easy peasy klappen. Also, bin ich auf Elster gegangen. Naja, was soll ich, ach jo, das ist gerade mein Klop der Woche. Was soll ich dazu sagen? Zertifikatdatei, das letzte Mal 2015 abgerufen. Hast du neu bestellen müssen. Neu bestellen müssen. Was denkst du, wie lange dauert es bis dieser? Ich weiß es, ich habe das auch gemacht. Genau den gleichen Prozess. Wollte ich mich veräppeln oder was? Naja, du kommst nicht einfach so rein in dein Elster-Programm, wenn du dein Zertifikat nicht mehr hast. Aktuell. Ja. Alles klar. Dachte ich mir, toll, gibt dir auch noch eine Webseite. Kannst du sogar daran teilnehmen, wenn du in Sachsen bist. Tak, 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 tak. Und? Angemeldet. Ja. Code zur Registrierung wird per Post zugeschickt. Na klar. Weißt du aktuell, wie lange es dauert? Ne, auch lange. Drei bis vier Wochen. Und dann schreiben die das da drunter noch, ganz klar schreiben die da drunter, wir weisen sie darauf hin, sie sollten sich rechtzeitig kümmern, ihre Grundsteuererklärung anzugeben. Ja. Bist also auch als Bürger an der Pflicht. Ja, aber warum gibt es denn dann eine Frist? Ja. Wenn ich die Frist eh nicht mehr reißen, halten kann. Ja. Schwach. Ach Quatsch. So. Keine Überraschung für die meisten. Ich wurde gerettet von Buhl. Das ist so ein Anbieter. Da hat es geklappt. Hat mich dann 25 Euro gekostet. Jetzt bin ich auf der sicheren Seite. Heute kam die Meldung, 25% der Grundsteuererklärung fehlen noch. War gar nicht so schwer, die ganzen Daten herauszufinden. Nein, wenn man es einmal hat und wenn man weiß, wo das ist, dann mag das gehen. Aber natürlich der Prozess dahin war auch für mich sehr, sehr nervig. Nervenaufreibend. Ich habe wirklich lange gesessen. Ich hätte es auch natürlich den Steuerberater geben können, aber der will natürlich auch ordentlich Geld dafür. Und da habe ich mir gedacht, das schaffe ich an einem Tag. Willst du mal eine lustige Geschichte hören? Na los. True Story. Okay. Es gibt eine alte Frau, die hat das online nicht hinbekommen. Ja. Dann hat die Screenshots ausgedruckt, ist zum Finanzamt gefahren im Ort, hat sich da hingesetzt, bis sie da reingenommen wurde, weil du darfst sie eigentlich nur digital bearbeiten. Und die haben es dann akzeptiert. Sie war sehr beharrlich. Ja, muss man manchmal auch sein. Das fand ich auch ein bisschen schwierig, dass die älteren Leute das so… Ja, na klar. Also wie viel Bestand ist auch in den Händen von älteren Menschen? Also was soll der Quatsch? Also ja, nicht, dass es digitalisiert ist. Das ist nicht das Problem, sondern dass es so schlecht gemacht ist, ist wirklich das Problem. Ja, ich dachte, boah cool, vielleicht kriege ich meine Zertifikatsdatei per Mail. Ja, nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Nicht in Deutschland. Ja, ist schon schwierig. Älster, ne? Weißt du, dass man eigentlich sagt, dass Älstern ja Diebe sind? Ja, das heißt ja nicht. Das ist ja die Selbstironie überhaupt schlechthin, dass eben das Älstern heißt. Es ist aber wiederum witzig, finde ich. Mein Flop der Woche ist in, ja, ist letzten Endes im Wohnungsbereich und Wohnungsmarkt Vonovia. Sie haben bekannt gegeben, alle ihre Neubauprojekte für 2023 einfach mal zu stoppen. Machen sie dasselbe wie der Staat. Ja, also sie sagen sich, okay, in Berlin, vor allen Dingen auch in Dresden, die Neubauprojekte ziehen wir hier nicht durch. Dass doch was angefangen ist, bleibt natürlich auch dabei und wird fertiggestellt, aber alles andere ist im Prinzip gestoppt. Im November äußerte sich noch Rolf Buch, der CEO von Vonovia, dass 40% weniger investiert werden soll in 2023, also eben nur noch 850 Millionen Euro und jetzt fällt diese Zahl auf null. Gründe dafür sind gestiegene Zinsen und Baukosten, also keine Überraschung, haben wir schon öfter gehört. Und das Problem ist für mich natürlich relativ logisch. Veranschlagte Miete bei Neubauprojekten sind aktuell 12 Euro im Schnitt je Quadratmeter bei Vonovia und die aktuelle Kalkulation ergibt etwas mehr als 20 Euro je Quadratmeter, weil eben die Kosten zu hoch sind und erst dann würde sich das rechnen. Also klar, logisch, rational zu sagen, das ist untragbar, auch unzumutbar, also werden wir hier keine weiteren Projekte annehmen und auch da wirtschaftlich reagieren und sagen, okay, das war's. Aber warum ist es jetzt mal ein Flop? Es ist ein Flop, weil es natürlich wiederum die ganze Diskussion der hohen Mieten weiter befeuern wird. Gerade auch in Berlin, es wird nicht mehr Angebot jetzt entstehen, 2023 wird noch weniger gebaut wahrscheinlich als letztes Jahr, was ja ohnehin schon unter den Erwartungen oder auch unter den Zielen von Ola Scholz war und so werden auch wieder die politischen Einflüsse sicherlich steigen und natürlich auch die Forderung nach, ja, alles natürlich als Staatskonzern machen und keine Ahnung, also was sich eben so die Linken so einfallen. Ja, aus gleichen Gründen natürlich, das ist es ja. Ja, aber trotzdem, Flop, weil natürlich das die Situation nicht erleichtert und auch ich sag mal, diejenigen, die es entscheiden, dass sowas wie Mietpreisbremse und Mietendeckel auch, ich sag mal, nicht greifen und nicht funktionieren, die sehen das ja nicht. Die sehen ja nur, das ist ja immer noch das Problem da, also muss ich noch einen draufsetzen und das ist ja das große Problem von linken irrationalen Ansichten, insofern schade drum. Der Wettbewerb bei LEG macht das Gleiche, weil es natürlich logisch und absolut richtig ist, muss man ja auch sagen, ja, warum sollte man was investieren, was nicht lukrativ ist. Also Bonovia ist nicht der Flop, aber die Situation ist es. Schade eigentlich und ich finde, auch hier sollte der Staat mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, aber gut. Aber machen sie ja auch nicht. Sie haben ja auch gesagt, sie schaffen es nicht und nächstes Jahr wollen sie dann angeblich alle Wohnungen bauen, die sie versprochen haben. Ja, ich weiß nicht, ob sich sowas ändern würde, wenn man vielleicht gewisse, ja, Bürokratien auch, ich sag mal, richtig abbaut, wenn man so richtig konsequent abbaut und dann, ich sag mal, klar, die Zinsen und auch die Bauarbeit kosten, das wird alles hoch bleiben, keine Frage. Aber ich glaube, man muss es für die Investoren so attraktiv wie möglich machen. Der Staat muss subventionieren, ja. Also, naja, es müssen nicht subventionieren, es müssen Anreize sein. Es müssen also nicht Anreize im Sinne, es muss ja nicht immer Finanzielles sein, es kann ja auch einfach sein, okay, es ist viel leichter, weil ich hier den Prozess sofort loslegen kann, was auch immer. Das mag im Detail viele Punkte sein, die auch, ich sag mal, Experten vielleicht noch besser einschätzen können als wir hier. Aber, dass es dann, ich sag mal, das Problem dann auch wieder politisch aufgetrieben wird, das ist ja nur eine Frage der Zeit, gerade in Berlin, ja, und dann wird es halt trotzdem die Probleme nicht lösen und es ist auch okay, dass der Staat nicht einfach mal Wildkohle raushaut, das sind ja auch Steuergelder, das darf man ja auch nicht vergessen, also sollte auch, ich sag mal, halbwegs sinnvoll genutzt werden. Insofern, ja, macht es doch einfach mal zu einem Markt. Dann kommen wir jetzt mal, wir haben nämlich bei einem anderen Markt gekauft diesen Monat, oder letzten Monat, nämlich auf dem Aktienmarkt, denn da ist immer was los und da werden immer faire Preise bezahlt. Ich mach's kurz, ich hab's vorhin schon gesagt, ich hab zwei Unternehmen gekauft oder zwei Investments getätigt, einmal Xylem, halbe Position und den Fuzi All World ETF-Sparplan, ganz easy peasy. Das war's, verkauft hab ich auch nichts. Ja, richtig ruhig war's bei dir. Ja, und Xylem hast du ja, also ich weiß immer noch nicht, Xylem oder Xylem, wissen wir nicht, ne? Wir sagen ja beides, dann wissen wir, geschrieben, X, Y, L, E, M. Xylem würde ich sagen. Xylem, ich würde sagen Xylem. Egal, je nachdem, sie haben ja, wie wir schon gesagt haben, Evocoa als Übernahmespekulation, also sie möchten diese kaufen und Evocoa zum Beispiel hat sehr gute Zahlen gebracht die Woche. Fand ich super interessant, tolles Wachstum auch weiterhin, also die Puppe hat sie mal hübsch gemacht, bevor sie übernommen wird, ja, finde ich gut, guter Move deinerseits, glaube ich, wird langfristig dir sehr viel Freude bereiten, wenn du auch langfristig dabei bleibst. Mache ich. Dieses Mal halte ich durch und wie gesagt, das mache ich bei unserem Werbepartner JustTrade, schaut nochmal in die Shownotes, es gibt 30 Euro Prämie, wenn ihr euch über unseren Link anmeldet und es gibt auch keine Ausrede mehr, der Fuzi All World Sparplan, den gibt es dort kostenlos ab 25 Euro im Monat zu besparen, finde ich, ist auch super, wenn man so einen ETF-Sparplan getrennt hat, von allem anderen. Ja, das stimmt. Bei unserem Werbepartner habe ich auch gekauft und zwar Rollins. Ja, Rollins. Nicht Limbiscuit, sondern Keep Rollin. Ja, ältere Hörer und Hörerinnen werden sich wahrscheinlich erinnern an Keep Rollin. Ja, Rollins, du bist ja auch investiert, tolles Unternehmen, das war meine erste Tranche und ich war auch überzeugt davon, dass wir hier einen guten Einstieg haben, das auch eine Aktie, die ich lange halten werde und da auch nicht dran rumrütteln werde. McDonalds-Sparplan hat wieder mal ausgelöst, auch das für mich No-Brainer und Megazahlen, weil überraschend, weil natürlich auch, ich sag mal, klar, die Leute müssen ja auch irgendwo sparen und dann trotzdem, Meggans, habt ihr Umsatz trotzdem gesteigert, natürlich vielleicht gehen sie nicht ins Restaurant, sondern eher zu Meggans, aber Meggans ja auch nicht. Oder lassen sie liefern. Liefern, angeblich ist ja, die war am Warenkörper angeblich von über 70 Euro. Ja, Wahnsinn, ne, für 70 Euro. Wir sollten ja mal live liefern lassen, aber diese Woche, meine Frau will Pizza, also nächste Woche machen wir vielleicht, nee, nächste Woche bin ich im Urlaub, vielleicht danach die Woche. Okay. Wollen wir mal live liefern. Ja, also schon spannend, ne, also gerade auch das Thema Liefern ist für McDonalds offensichtlich doch ein ziemlich großes Thema geworden und das, obwohl sie lange Zeit sich dagegen gesperrt hatten. Aber jetzt mittlerweile, in so Covid-Zeiten, ja, hatten uns eben auch die Leute daran gewöhnt und das ging halt doch schnell. Ich habe für dich jetzt eine Frage, du alter Jurist, habe ich in der Wirtschaftswoche gelesen. Okay. Es gibt einen Fall in Ingolstadt. Ein Mann stirbt. Seine Frau erbt alles und er war ein Betreiber von vier McDonalds-Fialen in Ingolstadt. McDonalds sagt, sie erbt die Dinger nicht, weil das Grundstück gehört ja uns, sie sagt doch, gehört mir und auch ihr Anwalt sagt ja, weil es ist ja nur gepachtet, aber Pacht vererbt sich mit. Gehören ihr jetzt die Fialen oder nicht? Ja. Darum streitet sie sich gerade mit Gerichten und McDonalds, was ich auch nicht wusste, wenn du mit Karte zahlst bei McDonalds, dann kriegt das Geld die McDonalds-Zentrale und nicht der Pächter. Und was hat sie gemacht? Sie hat einfach alle Terminals abbauen lassen und du kannst nur noch Cash in Ingolstadt bezahlen, also konntest du zwischen Weihnachten und Neujahr und jetzt hat sie eigene Bezahl-Terminals. Uh, das ist ja spannend. Das ist also, das wird noch richtig eskalieren. Ja, das ist doch mal ein spannender Fall. True Crime, wir dürfen so machen. Wusste ich gar nicht. Also ich habe es nur so nebenbei beim Durchhusten der Wirtschaftswoche auf der Wirtschaftswoche, in der App gelesen. Ah, okay. Cool, oder? Ja, verrückt. Was denkst du, was Pacht? Schwer, ganz schwer zu sagen. Ja. Und ich bin juristisch völlig blind. Weil nämlich also, sie müsste einen Anspruch tatsächlich haben wegen der Pacht. Und, was ich auch nicht wusste ist, was glaubst du ist teurer? Die Pacht oder die Umsatzbeteiligung? Ja, gute Frage. Es ist die Pacht. Ja. Also das, was McDonalds, ich sage es euch, sie sind der größte Vermieter der Welt. Ja, ja, stimmt. Und da ist es tatsächlich einfach so, das ist auch das Hauptargument vor Gericht, zu sagen, sie ist Pächterin, weil sie mehr Pacht zahlt als Umsätze abdrückt. Umsätze abdrückt. Ja, stimmt. Macht Sinn. Wird interessant. Spannend. Schauen wir mal weiter, wie sich das so entwickelt. Und dann habe ich noch gekauft zur Rose. Wie schon erwähnt, bin ich jetzt auch hier mit dabei. Bei Shop-Apothek bin ich weiterhin auch on board. Einfach, weil ich ganz klar glaube, dass wir hier einen echten Turnaround sehen. Vor allen Dingen dann auch, wenn die E-Rezepte endlich durch sind. Und außerdem habe ich etwas getan, was ich bisher noch nie geschafft hatte. Ich habe bei 120 Euro die Aktie Tesla gekauft. Ja, ich habe die Tesla-Aktie und dann ging es rasch nach oben. Jetzt mittlerweile schon über 30 Prozent im Plus. Ja, kann sie sehen lassen. Tolle Rendite. Ja, mal schauen, ob ich jetzt bald Gewinne mitnehme oder ob ich hier einfach ein bisschen halte. Das war eher so eine Bauchentscheidung. Wollte ich jetzt unbedingt holen. Und ich fand der Preis, die Aktie eigentlich, war schon recht günstig. Wir haben ja auf Instagram auch das Gewinnspiel. Und wir picken ja gleich den Gewinner oder die Gewinnerin. Am Ende der Folge dann. Also unglaublich. Und auch da sind es über 40 Prozent. Und ihr kriegt die Aktie richtig ins Depot eingebucht. Also folgt uns auf Instagram. Auch dort. Lohnt sich. Da gibt es noch was zu gewinnen. Genau. Und dann gab es natürlich noch verkaufte Unternehmen, die, um ein bisschen auch kapitalfrei zu machen, habe ich ein paar aufgeräumt. Ich habe mich erst mal von den paar kleinen Anteilen Bächle getrennt. Da waren ja bloß erste, zweite Tranche. Was lese ich da? Dann habe ich Karens rausgegeben, aber auch mit schönem Plus, weil es gut gelaufen ist. Stone Co. habe ich abgegeben. Da waren es geringe Verluste. Also es hat alles so ein bisschen ausgeglichen. Das war eigentlich ganz gut so. Und ja, von IQV habe ich mich erst mal getrennt, aber auch nur kurzfristig. Da will ich wieder rein, ganz klar. Und dann habe ich es endlich geschafft, Aumann zu verkaufen. Ich bin enttäuscht. Ja. Du warst nicht auf der Hauptversammlung. Nein, das stimmt. Und es ist auch vorbei. Aumann ist für mich Geschichte. Ich habe es ja nicht geschafft. Es war ein teurer Verlust. Aber ja, gut. Lang genug war es im Depot. Und jetzt haben wir auch hier, naja, aus den Resten noch was machen können. Immerhin ist ein Teil davon in Tesla geflossen. Und ja, hat ja zumindest ein bisschen was rausgegeben. Die Verbrenner verkauft. Ja, das ist ja E-Mobilität, Aumann. Ach so. Das ist ja E-Mobilität. Die Zukunft der E-Mobilität. Eigentlich schon. Industriell sind sie ja. Das war ja so damals mein Thema. Weil ich gesagt habe, okay, ich kaufe Aumann, weil sie halt gerade in der E-Mobilität sehr, sehr gut Fuß gefasst haben. Aber dass sie eben mit ihren Bauteilen und mit ihren Maschinen wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich sind. Ich finde, du hättest nachgekauft. Schade drum. Ja, nee, das hätte ich nicht gekauft. Leider. Tja, dann. Auf Wiedersehen, Aumann. Genau. Nee, auf nimmerwiedersehen. Auf nimmerwiedersehen. Kommen wir zu den Tops und Flops. Die Top 3 in meinem Depot. Auf Platz 3 mit 19% ASML. Stark gelaufen. Sehr stark gelaufen. 21% auf der 2 und Disney. 23% auf der 1. Ja, tolle Entwicklungen. Genau. Ja, wir haben es ja gesehen. Dieser Monat war natürlich super. Also klar, ein bisschen Rebound. Ja, also wir haben auch teilweise natürlich einige Aktien gesehen, die aus ihren Trends ausgebrochen sind. Also, ich sag mal, so ein Aufhellen am Aktienhimmel gibt es und das Jahr ist eben auch sehr gut begonnen oder hat begonnen. Und bei mir auf Platz 3 Shopify plus 38% richtig Gas geben. Dann, ich sag mal, Schlussspurt. SoFi hat mit 46% am Ende mal richtig zugelegt nach den Quartalszahlen, die herausragend stark waren. Also muss man auch hier auf jeden Fall festhalten, gerade auch in dem schwierigen Geschäftsbereich, wo sie eben auch sich, ja, ich sag mal, bewegen, sind sie wirklich sehr erfolgreich gewesen in letztes Quartal. Und auf Platz 1 Shop-Apotheke mit ebenfalls 6 oder mit etwas mehr als 46%. Toll gelaufen, gleich Anfang des Jahres, muss man auch sagen. Aber hier kommen natürlich jetzt die guten Nachrichten eins nach dem anderen und werden die Aktie auch weiterhin sicherlich Rückenwind geben. Wenn man ganz genau ist, wäre sogar meine beste entwickelte Aktie Green City Solutions gewesen von Companisto. 59% gab es da Wertsteigerung. Wahnsinn. Ja. Hast du jetzt mal im Allee-Center und hast dir den City Breeze angeschaut? Nein, noch nicht. Ich auch noch nicht. Irgendwann komme ich eh vorbei. Dann schaue ich mir das an, mache ein Foto und stelle es für die Community rein. Mache ich. Meine Flop 3. Crowdstrike minus 4,68%. Jetzt langsam reicht es. Genug. Ich fordere alle auf, Aktien zu kaufen von Crowdstrike. Disclaimer-Hinweis. Disclaimer-Hinweis auf jeden Fall. Constellation Energy minus 5,6%. Brutal gut gelaufen. Naja. Jumana minus 8%, aber auch hier eigentlich, weil wir heute schon wieder den Rebound, glaube ich, sogar haben. Ich weiß gar nicht, was macht die Aktie heute am Ersten? Ich glaube nicht, dass jetzt so viel passiert ist. Ich glaube, die war gut im Plus. Oh no. Sogar im Minus. Ja, wollte gerade sagen. Na gut. War kurz im Rebound-Modus und dann aber wieder eingebrochen. Aber minus 8%, was soll's, ist auf langfristige Sicht jetzt auch kein großes Thema. Ja, Flop auf Platz 3. Innovative Industrial Properties. Hier ging es nochmal 12% runter. Auch nochmal auf die tiefst. Interessant jetzt natürlich zum Nachkaufen. Schaue ich mir mal noch genau an, ob sich das dann auch lohnt. Next Air Energy ist um 13% gefallen. Innerhalb der Seitwärtsphase eben jetzt dann doch relativ tief. Und Check mit minus 20%. Das ist bei Check basiert. Bei Check ist etwas passiert. Und zwar hat der Analyst oder ein Analyst Check extrem abgeratet. Und hat gesagt, nein, das wird nix. Also genauer müsst ihr jetzt nochmal nachlesen. Habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Aber es sind tatsächlich negative Analysten-Kommentare gewesen, die hier zugesetzt haben. Ob da Halt dran ist, wie gesagt, ich gebe eigentlich nichts auf die Meinungen der Analysten. Aber es schadet ja auch nicht mal drüber zu lesen. Ach man, wir sind ja auch über die MVI Holding investiert. Stimmt. Die Top 3 in meinem Depot. Paychecks plus 78% auch stark zurückgekommen. Crowdstrike 107% nur noch. Visa 111. Ja, neue Nummer 1. Nicht schlecht. Bei dir? Bei mir Apple auf 204% zurückgekommen nach oben. Nvidia hat schön aufgeholt. 197% und Amazon mit 140%. Alle drei natürlich bei einem Halt. Und auch beachtliche Positionen im Depot, die natürlich auch das ganze Depot bewegen. Was wir natürlich letzten Monat gemerkt haben. Da ging es stark bei diesen Aktien nach unten. Das tat meinem Depot relativ weh. Und diesen Monat hat es eben geholfen. Was ist denn eigentlich bei den hinteren Rängen los bei dir? Flop 3. Ja, Silbergate minus 89%. Hier gibt es jetzt auch richtig viele Klagen aufgrund verschiedenster Sachen. Upstart ist auch mit dabei. Gleich viel. Also auch minus 89%. Auch Depotleiche, wenn man so möchte. Und Social Chain Group. Diese Spaßposition ist Schluss. Plus und auch rot. Ja, die rote Laterne im Depot. Aber auch das nicht unbedingt jetzt die größte Position. Deswegen alles halb so wild. Machen wir erstmal weiter mit den Dividenden. Am Ende ziehen wir den Schlussstrich. Na, du hast noch Flops. Deine Flop 3. Ah ja, meine Flop 3. Ecolab minus 14. Denner hier minus 15. Und Amazon minus 28. Mir juckt es bei Denner hier. Kommt alles wieder. Ganz entspannt. Dividenden gab es auch. Marcel, wo hast du Dividende erhalten in diesem Monat? Ja, Altria hat gezahlt. Dann die schon angesprochene Innovative Industrial Properties. Thermo Fischer, Denner hier und Striker haben bezahlt. Ich habe bekommen Dividenden von Broadcom, Denner hier, Ecolab, Humana, Realty Income, Thermo Fischer und VG Properties. Also war doch sehr, sehr viel. Jetzt möchte ich natürlich von dir wissen. Wie hat dein Depot performt? Mein Depot, wie schon angesprochen, dadurch, dass die Big Techs ein bisschen oder doch deutlich zurückgekommen sind und allgemein Tech sich gut präsentiert hat, also auch die zweite Reihe mit Shopify und Co. Ging es tatsächlich, es hatte 9,9% nach oben. Und damit bist du der Gewinner mit allen Sachen, die wir hier verglichen haben. Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, auf Platz 2 mit 9,6 ist die Nasdaq. Dann haben wir den Tech, nee, der Tech-Dax. Ja, der hat alles bloß. 14,1% hat alles geschlagen. Du bist auf Platz 2. Ja, reicht mir auch. Dann haben wir die Nasdaq mit 9,6 auf der 3. Auf der 4 haben wir schon den DAX mit 8,1. Hat sich gut präsentiert. Wahnsinn. Diesem Jahr. Ja. Auf der 5 den MSCI Emerging Market, 7,23% standen hier zur Buche. Dann haben wir den Fuzzi All, nee, den S&P 500 mit 5,8%. Fuzzi All World, 5,23%. MSCI All World, 5,21%. Dann komme ich mit 3,83%. Und zu guter Letzt Dow Jones geschlagen mit 3,2%. Ja, ganz stolz. Kaufkandidaten. Marcel, schieß mal los, wen willst du eigentlich diesem Monat noch dir so ins Depot legen? Genau, also IQVIA hatte ja taktische Gründe, die wirklich wieder zurückhaben. Ganz klar, tolles Unternehmen. Und gerade auch als Auftragsforscher natürlich im Fokus nahezu von all diesen Unternehmen, die eben auch neue Medikamente entwickeln. Da ist IQVIA erster Ansprechpartner und natürlich auch sitzt auf einem Datenschatz. Das kann man sich, glaube ich, ja, nicht, oder kann man nicht in Geld bemessen. Das kann auch sehr, sehr interessant werden bei IQVIA. Excel Service, nach wie vor ein KI-Unternehmen, welches doch, ich sage mal, relativ stark profitieren wird von dem ganzen Thema und auch als Dauerläufer. Sehr, sehr gut läuft. Enphase Energy ist interessant zurückgekommen. Hier überlege ich auch, eine Position aufzumachen. Einfach schon deswegen, weil sie natürlich auch auf den europäischen Markt jetzt zutreten. Und ich glaube, das könnte auch nochmal erfolgsversprechend sein. Nach wie vor hast du La-Branche natürlich gefragt. Wem möchtest du kaufen? Ich habe bei VG Properties meine Dividende reinvestiert. Bei Realty Income 100 Euro und die Dividende reinvestiert. Xillium habe ich nochmal mit Dividenden einfach ein bisschen nachgeschoben. Und ich habe einen neuen Sparplan gestartet, Marcel. 100 Euro pro Monat. Und ich habe ChatGBT gefragt, schreib mir ein Rätsel mit 10 Hinweisen, damit jemand dann diese Aktie erraten kann. und ihr dürft jetzt alle mitmachen. Und derjenige, der die Aktie errät, also entweder du oder aus der Community, der kriegt von mir eine. Ehrlich? Ja. Oh Gott, habe ich mir der Erste. Bist du bereit für den ersten Hinweis? Also wirklich nochmal der Hinweis für die Community. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Bist du bereit? Okay. Sag es uns. Der erste Hinweis, den ChatGBT ausgespuckt hat, ist, Punkt, 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 ist ein deutsches Unternehmen. Oh, super. Aber warte, es könnte, es könnte, okay, es könnte viel sein. Du darfst aber schon mal raten. Da wärst du schon vor der Community da. Ich könnte ja auch, ich sage mal, vom DAX bis zum SDAX alle durchlesen. Vielleicht ist es auch noch nicht mal im SDAX. Ich überlege es mir. Nee, nee, du musst jetzt. Soll ich jetzt schon raten? Ja, du musst jetzt, du hast den Ersttipp. Ich habe die Ersttipp-Chance. Also wenn ich in Deutschland investiere, muss ich schon sehr überzeugt sein. Ich hatte sehr, ich habe einen kompletten Geschäftsbericht gelesen. Sieh mir jetzt Hellsterniers. Nein. Verdammt. Schade. Machen wir weiter. Nächste Woche wieder. Und dann ziehen wir jetzt den Gewinner oder die Gewinnerin der Tesla-Aktie. Oh ja, also nochmal vielleicht zum Alle-Abholen, die es sehr leicht auch nicht mitbekommen haben. Wir haben eine Tesla-Aktie verlost. Das war Ende Dezember, glaube ich. Genau. Und ja, jetzt geht es zur Verteilung. Und das Witzige ist, dass wir gekauft haben, direkt in unserem Depot, die Tesla-Aktie. Und dieser hat sich positiv entwickelt. Um 40 Prozent nach oben. Ist von knapp 100 Euro auf jetzt, ja, nicht mal etwas über 100 Euro waren es, glaube ich, an dem tagesaktuellen Preis. Und ist jetzt über 40 Prozent im Plus. Also man hat mehr gewonnen, als man eigentlich gewinnen wollte. Ich hoffe, dass der Gewinner oder die Gewinnerin sich jetzt meldet, wenn sie das ja auch liest. Ziehen alle Kommentare. Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du hier mit meinem Hint so leichtfertig mich auf Siemens Energy ziehst. Nein, nein, Siemens Herz. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Also schon mit Qualität, mein Freund. So nicht. Ja, gut. Ja. Die entgeht eine Jahrhundertchance. So, Glückwunsch, wir haben eine Gewinnerin oder einen Gewinner. Und es ist Swing88. Wow, Glückwunsch. Also, meld dich bitte bei uns. Ich glaube, wir haben auch immer mal Kontakt mit ihm. Kann sein, ja, schon öfter gelesen, ja, tatsächlich. Also, meld dich gerne. Du hast die Tesla-Aktie gewonnen. Und Marcel, jetzt interessiert mich natürlich nochmal, wir müssen ja auch noch investieren. Jetzt in unserem Basket bei unserem zweiten Werbepartner von heute, Trading 2 ins 2. Und jetzt erzähl mal, wen hast du uns so mitgebracht? Ja, als Investment-Idee habe ich heute mitgebracht Enphase Energy. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Sie stehen selbst bei mir auf der Kaufliste. Und ich bin davon überzeugt, dass Enphase Energy sehr gute Zahlen vermitteln wird dem Kapitalmarkt. Und vor allen Dingen auch, ich sage mal, stark tätig ist in dem Bereich. Wie gesagt, Europa jetzt auch so nach und nach erobern wollen. Und ich glaube, der Rücksetzer auf die Basis ist aktuell recht interessant. Enphase Energy gehört jetzt in unser Basket. Ich bringe mit Albe Male. Und sie sind einer der größten Lithium-Player der Welt. Und der Lithium-Markt soll sich verfünffachen bis 2030. Also, warum davon dann auch nicht profitieren? Genau. Wo kommen unsere Investment-Ideen hin? In unseren MVI-Podcast Basket bei Trading 2 ins 2. Und hier können wir sozusagen immer den eigenen ETF erstellen. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen die Gewichtung reduzieren. 120 durch, oder ne, 10 durch 12 sind 8,3%. Dass wir hier wieder einen ausgeglichenen Basket haben. Und das ist ja immer das Schöne. Man kann das hier immer so ein bisschen angleichen. Und dann wird das auch alles gleich automatisch wieder rebalanced. Was man hier doch so alles im Depot hat. Ultimate-In-Fried-Line brutal gut gelaufen. 10% in den letzten, ja, Tagen eigentlich gemacht, ne? Ja, genau. Nach tollen Quartalszahlen auch jetzt. Und wieder ausgleichen. Ja. Und sobald die deutsche Börse auf hat, wird hier auch wieder ausgeglichen. Der Basket an sich. Doch ganz gut gelaufen. TSMC plus 11%. Dann haben wir auch noch dabei die deutsche Post 1,2%. Old Dominion Flight fast 10%. Progressive 3,9%. Also hier gibt es eigentlich nichts zu meckern. Und du hast es ja jetzt auch privat nochmal. Jetzt heute eröffnet Trading 2 ins 2. Und das Schöne ist, wenn du dich anmeldest über unseren Link. In den Shownotes findet ihr den. Und du gibst natürlich dann einfach den Code ein. Dann erhältst du nochmal eine Gratis-Aktie. Marcel, welche Aktie hast du denn heute eigentlich bekommen? Ja, tatsächlich habe ich Mercedes-Benz bekommen. Und? Buy and hold. Buy and hold, bis ich nicht mehr kann. Und tatsächlich, was ich auch sagen muss, feststellen muss, die Registrierung ging ultra schnell. Also wirklich ein schneller Prozess. Vor allen Dingen, man muss auch nicht mal beim Post-Advent anfangen, sondern man hat, ich sage mal, eine andere Art der Legitimation, die auch a. sicher ist, aber b. natürlich auch viel einfacher funktioniert. Ja, ging sehr schnell rein. Ich sage mal, ich konnte innerhalb von wenigen Minuten auch einfach starten und das hat alles nicht sehr lange gedauert. Also wer auch da eine Gratis-Aktie mitnehmen möchte, einen eigenen Basket erstellen möchte oder mit anderen Worten einen eigenen ETF nach Maß gestalten möchte, der hat, denke ich, bei Trading 2 in 2 eine sehr gute Chance, das umzusetzen. Also, App downloaden, verifizieren, Code value in oder in der Sektion Aktionscode nutzen eingeben und ganz einfach eine Gratis-Aktie halten. Und wenn man dann noch Freunde einlädt, gibt es auch wieder Gratis-Aktien. Ein Schneeball-System. Ja, genieß. So, nächste Woche Quartalszahlen. Was erwartet uns oder was erwartet dich? Ja, einiges. Auch hier wieder sehr viele Zahlen, die uns erwarten in der kommenden Woche. Und natürlich werden wir auch nächste Woche beim Podcast natürlich mal darauf eingehen, was die Big Techs für Quartalszahlen mitgebracht haben, die wir heute ja hier an dieser Stelle noch nicht mitkennen. Denn Activision Blizzard wird berichten, Pinterest Take-Two ist mit dabei, nachdem EA übrigens sehr, sehr schlechte Zahlen diese Woche gemeldet hat, wirklich sehr schwach, weit vorbei am Umsatzziel. Skyworks wird berichten, am Dienstag gibt es die Line Group-Zahlen, Vserve oder Yserve, sehr interessant. Softbank wird auch berichten, Nintendo wird mit dabei sein, weil wir auch Nintendo im Aktiencheck haben, auch nochmal interessant. Dann Xylem wird berichten, du bist jetzt investiert, du darfst also zittern. Am Abend gibt es Zahlen von Vertex, Fortinet ist mit dabei, auch super spannend, Endphase, wir sind gerade frisch reingegangen mit unserem Basket. Illumina wird auch Zahlen präsentieren, Paycom Software, finde ich auch super spannend, am Mittwoch Total Energy, CVS Health, CME Group, Uber und Airgen, sowie am Abend Walt Disney und auch Equifax Molina Healthcare, was im Prinzip ja ein direkter Konkurrent ist von Humana. Am Donnerstag AppY, PepsiCo, Toyota, AstraZeneca, Philip Morris, Unilever, S&P Global, Bud, Siemens, Duke Energy, Brokefield am Abend, L'Oreal, PayPal wird auch super interessant, Vinci, Dexcom werden berichten und dann gibt es noch am Freitag von IQVIA, heute auch schon mal darüber gesprochen, Zeiss und noch weiteren, auch kleineren Firmen. Und wir werden natürlich alle Ergebnisse oder nahezu alle relevanten Ergebnisse bei uns in den Storys posten. Wir freuen uns drauf, also folgt uns auch hier auf Instagram. Montag gibt es Dividenden von der PNC Financial Group. Universal wird bezahlen, Medifast am Dienstag, Mittwoch kriegen wir von Lowe's Dividende. John Deere, werde ich auch nochmal Dividende erhalten, Verbio und ThyssenKrupp, Donnerstag Nokia, Mastercard, First Republic Bank, am Freitag General Dynamics, Newcore, Clorox, Card Carrier und American Express sowie Perking Emma werden bezahlen. Also, ihr merkt, es ist wieder viel los nächste Woche. Nächste Woche gibt es einen Remote-Podcast. Ich flüchte, wenn der Podcast kommt, bin ich schon im Flieger, nicht nach Mallorca, ich flüchte in die Sonne nach Dubai und ich freue mich drauf. Ich freue mich aber auch mit dir dann remote, ganz entspannt, von 30 Grad Entfernung, ja, mit dir den Podcast machen zu dürfen. Ja, ich will wahrscheinlich die ganze Zeit mit Tränen in den Augen sitzen und etwas rumheulen. So ist das, ich kann ja den Winterhintergrund machen. Ja, das wäre super, da glaube ich dir nämlich nicht, dass du in der Sonne sitzt. Gut. Ja, dann auf jeden Fall auch gesund, dass wir beide auch wieder mit normalen Stimmen und wenig Husten arbeiten können. Entschuldige ich das bitte, ja. Ja, genau. Und seid gespannt, denn wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.